hallo herzlich willkommen wieder zu einem video und ja heute zeige ich mal so ein anderes spiel ist kostenlos und heißt project silan ist keine ahnung was das bedeuten soll ja ich kenne das spiel nicht hab's einfach mal ich habe gegoogelt hier spiele download free und dann kam das aus ja da spielen wir das mal auf jeden fall irgendwie so ein halb-shooter oder so keine ahnung mal gucken werden wir sehen ach so good morning didrick how are you well i've been better it may be the my injection ducks are starting to get obstructed with all the money the coalition administration spends on this center and they haven't solved this damn problem yet hmm it seems someone is in a bad mood today you should go to the biotech labs and have your bionicle arms checked just don't please don't send me on such a dangerous mission let me know when you get to the labs ja ich kann wie hoho das war gestern wie schnell kann ich denn zu seite kommen okay die sensi ist etwas hoch warte mal ich stelle das mal an meiner maus einfach ein boah das geht noch schneller ja das ist etwas auch wieder zu ach man gibt's denn hier keine ja das geht dann zu was ist denn das für ein spiel so ich glaubte so ist okay oh automatisch und die ich bin ich hier nichts hüpfen kann ich nicht doch doch schleichen kann ich Prozent hallo kammer wenn ich bin auch nicht es geht geht die ich will aber meine maus einstellungen schneller machen oder so mhm 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 Ja, auf jeden Fall. Was so? Hä? Muss ich Wasser trinken, damit das öffnet oder was? Hä? Okay. Okay, etwas erwackt. Ähm. Psch. Boom. Okay, was ist denn das für ein Spiel? Okay, ist das Mario oder was? Okay. Diedrich, unsere Wissenschaftler warten auf den Laboren. Hurry up. Ja, woher wie? Ich will erstmal umgucken, Alter. Junge Mann. Wow. Okay. Da kann ich nicht hüpfen. Okay, so kann ich schleichen oder so. Hä? Hier kann ich nicht durch. Jetzt habe ich die komplette Orientierung verloren. Wow. Hä? Ja, was ist denn das hier? Boah, ich kann nicht rennen. Ich kann nichts machen. Das ist schlimm. Psch. Ja, 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 ja. Ich weiß schon, Kaspersky. Okay. Was ist das? Okay. Wahrscheinlich. Mal schossen. und was war das denn? Zombies! Ne, doch nicht. Ok, die Server sind glaube ich da so laut. Ah, ich weiß jetzt... Ach, bei Rot kann ich nicht rein, aber bei Gelb schon oder was? Ich glaube, ich verstehe das System. Oh, ich will rennen. Also Rot, da will ich ja nicht, deswegen kann ich auch nicht rein gut. Rechtsgekündigung. Ah, nicht im Ernst, oder? Das war ja dann mein Raum. Ich bin ja da reingegangen, jetzt habe ich da alles erkunden und jetzt gucke ich mal hier nach. Oh, eine sehr schöne Animation, also die Audio. Scanning all Biosystems. Please bequenchen, bis die Sicherheitskontrolle endet. Scan, scan, scan... Egal. Hä, was sucht er? Hä, was willst du denn? Ja toll, und jetzt? Die Sicherheitskontrolle verabschiedet. Die Verlösung hat sich verabschiedet. Bitte gehen Sie zur Access-Kontrolle, um weitere Instruktion zu bekommen. Oh, das ist einfach perfekt. Right? Okay, got it. Dietrich, ich bin reportiert, dass einige Sicherheitssysteme fehlen. Find out, was ist passiert. Loll? Woah. 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 Okay... Ich wurde nicht reingelassen. Was muss ich jetzt machen? Ah! Hey, ich habe die Kontrolle von ein paar Kameras. Oh, lass mich sehen. Holy shit! Resistanz? You're right. Resistanz-Simpul-Traders. Neutralizer. Neutralizer. Natürlich werde ich das machen. Mit dieser Musik. Natürlich hat er das nicht gehört. Er schritt erst recht nicht, aber... Boah. Ja, wie soll ich denn das schlagen, Mann, Alter? Was soll ich denn machen? Du... Vielleicht auch noch so'n Back. Ja, was soll ich denn machen? Fragen! Ja, du, du, du... Ja! Schau, weg noch! Was soll ich denn machen? Ja, ein Back? Ist ganz egal. Hä? Was soll ich denn machen? Hä, was soll ich denn machen? Ich kann doch nicht mehr schießen. Hä? Hä? Oh, was ist jetzt los? Ja, was soll ich denn machen? Warte mal kurz, warte mal kurz, warte, 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 warte. Wie, 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 wie kann ich jetzt schießen? Left and out. Ist doch richtig. Reload. Reload ist F und Scope ist R? Was? Midi ist Q? Das ist alles verkehrt rum. Darf ich das nicht ändern? Oh mein Gott, was ist denn scheiß? Ja toll. Wieso, wie, 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 wie? Muss ich jetzt sterben? Ist da das gerade? Ist da das gerade? Ich kann ja producto nicht. FA. Okay. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Äh, äh. Ach, diese Billie-Spiel. F. Woah. Melee. Guck ich, nein. F ist Reload, aber wie beim Reload schlagen? Hä? Was schwillst du von mir? Warte mal. Melee? Ey, Solo. Nee. Ach. Fick der Scheiße, Mann. So, F. Wo bist du? Ja, toll. Pistole gegen... Jetzt fackt das auch noch. Was ist denn das, bitte? Was soll ich denn bitte machen? Ja, Game Over. Blablabla. Pistole gegen Karate-Anschläge. Ja. Oder vielleicht verstehe ich das nicht so ganz... Guten Morgen, Dietrich. Wie geht's? Ja, ja, ja. Wie geht's scheiße? Ist das besser? Es ist ein bisschen schwierig. Mit all dem Geld, die Koalition-Administration spendet auf das Center, und sie haben noch nicht das Problem solch yet? Hm. Es scheint, dass jemand in einem baden Mood heute ist. Du solltest in den Biotech-Labs und deine Bionicke-Lars checken. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. 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 Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Security Control Failed. The token has been interrupted. Please head to the Access Control Department to receive further instructions. Oh, this is just perfect. Was ist das denn? Benitius, ist das ja nicht. Oh, shut up. Dietrich, I'm being reported that some security systems are failing. Ja, 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 Systeme sind scheiße. Ich wusste, dass das passiert. Oh man, wie ich mich amüsiere. Bei solchen guten Dames. Ich weiß das doch noch. Let me see. Holy shit! Resistance? Ja, you're right. Resistance Infiltrators. Neutralize them. Resistance, die in der Luft mit der Hand tippen. Ja, was muss ich jetzt machen? F drücken, oder was? Take cover! Super! Ja, jetzt schießt er. Und was soll ich jetzt machen, bitte? Ich kann nichts machen, Alter! PC! PC, Alter! Ich kann nichts machen! Ja, jetzt hat er eine Schallgedämpfte Pistole. Warum auch immer. Ja! Ich kann ihn nicht verletzen. Mein Gott, Alter! Ja! Ja! Ja, jetzt... Du! Ich... Wieso... Wieso ich denn rennen? Ja! Pfff... 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 Ja! Was... Sollte ich... Bitte... Machen? Schreib's mir mal bitte in die Kommentare, wenn ich das, ähm... Wenn ich das jetzt, äh... Wenn es nicht weitergeht und wenn ich so nicht weiß, wie das funktioniert. Jetzt kann ich mir in den Scheiß nämlich noch... Good morning, Diedrich! How are you? Ja! Well... Ich bin besser. Es kann sein, dass meine Injektion-Ducke starten, zu verabschieden. Mit all dem Geld, die die Koalition-Administration auf dem Center spendet, und sie haben noch nicht das verdammte Problem geschlossen? Hm... Es scheint, dass heute jemand in einem schlechten mood ist. Du solltest in den Biotech-Labs und deine Bionickel-Arme checkt haben. Nur nicht! Bitte, nicht mich auf so gefährliche Mission! Lass mich wissen, wenn du in den Laben kommst. Ja, ja, ja... Jetzt fress ich mal Gummibärchen. Weil es so langweilig ist. Weil es so langweilig ist. Verläft Maus! Mach ich doch! Oh, Mann, Alter! Was... 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 Was soll ich denn bitte machen? Nein... Cosmos? Es ist... Mir fällt da nicht zu sein. Ich... Ich kann jetzt... What the hell? Nice! Es ist ja verstummen! Ich hab keine Ahnung, was ich machen soll. Gummibärchen sind lecker. Glaube ich dir. Was weiß ich doch so, Mann. Das weiß ich doch so, Mann. Oh, das ist einfach perfekt. Okay, ich hab's. Dietrich, ich bin reportiert, dass ein Sicherheitssystems fehlen. Find out, was ist passiert. Scheiße, egal, Mann. Ja, was soll ich denn jetzt mal... Muss ich jetzt hier eine Waffe finden, oder was? Ich kann die doch nicht mit der Hand töten, Mann. Wenn der Ding, Mann. Wow. Cool. Ich liebe das Ding, ne? Oh, Mann. Dietrich, hurry up. I need you to find out, what's happening. Ja. Ich weiß doch, was schon los ist, Mann. Aber das ist unmöglich, Mann. Ich drück mal einfach alle Tasten, okay? Medi... Oh, mein Schatten verschwindet auf einmal. Da ist der Schatten und jetzt nicht mehr. Es ist links klick, rechts klick. Es ist, wie soll ich den denn töten? Muss ich mir jetzt ein Tutorial angucken, oder was? Hey, ich habe Regain-Control mit ein paar Kameras. Oh, Mann. Holy shit! Resistance? Ja... You're right. Resistance Infiltrators. Neutralize ihn. Aber ich kann die doch schlecht mit Karate... Mit Karate-Scheiß... Jetzt... Okay, also wenn ich nochmal wacke, gucke ich mir ein Tutorial jetzt an. Achso, vielleicht muss ich mich ranschleichen. Du, voll unauffällig. Deine Schlagen. Hands off! Ja, es ist unmöglich, Alter. Fick dich, Mann. Er geht... Oh, oh, der Winkel, der Winkel, der Winkel, der Winkel, der Winkel. Du... Ja, Alter, ich kann doch nichts mehr... Äh, wohl schon. Ja, hier, 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 jetzt... Oh, ja, fick dich doch, Alter. Es ist doch unmöglich, dieses Spiel. Das... Ich bin zu blind mit dafür, ne? Ja, mit deiner Schenke, deine Pistole kannst du so... Das war ich mal. Hände... 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 Und ich hab mir ein Let's Playing geguckt. Und... Ja. Ich mach mal mit Subdeep so... Ne, nicht Spanish. So. Weil... Äh, anscheinend muss man... Ey, jetzt stürzt das einfach mal ab. Äh. Nice. Äh, find ich nice. Okay, jetzt... Jetzt muss es von... Ja. Bitte. Ja, ist unzudiert. Und ich muss es von neu hin an... Good morning, Diedrich. How are you? Well, I've been better. It may be that my injection ducts are starting to get obstructed. With all the money the coalition administration spends on this center, and they haven't solved this damn problem yet? Hm. It seems someone is in a bad mood today. You should go to the biotech labs and have your bionicle arms checked. Just don't. Please, don't send me on such a dangerous mission. Let me know when you get to the labs. Hey. Eigentlich so... Scanning all biotech systems. Please be patient until the security control finishes. Nein, die Strahlen kommen. Security control failed. The process has been interrupted. Please head to the access control department to receive further instructions. Oh, this is just perfect. Right? Okay. I got it. Diedrich, I'm being reported that some security systems are failing. Find out what's happening. Oh, this crude music is also... Dumb... 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 Yeah, yeah, I know that they are a breakers. Hey, I've regained control of some cameras. Well, let me see. Holy shit. Resistance? You're right. Resistance infiltrators. Neutralize them. Das weiß ich doch nicht. Äh, Milie ist jetzt einfach, eine Achein... Ich verstehe jetzt nicht. . Da krieg es einfach... Ja, sicher! Wie figur! Ohne F... so, E. Sehr klar. Das weiß ich ja schon. Endköpfchen. Good job, Diedrich. Ah, es klappt auch. Warte einen Moment. Bitte restriert, nicht nur die O-Serve, wenn die Studenten kontrollieren. Shit! Sie haben einen Ghostlink bekommen und haben einen externen Attack gegen unser AI-System angefangen. Das ist schlecht. Hör, hier ist deine neue Mission. Geh zum Core AI-Server, Codename Kyra, auf dem 4th Floor und reaktiviert sie. Aber erstens, du musst dein Bio-System erfüllen. Es wird dir mit Steil- und Strenz-Enhancements geben. Jetzt sind die Sicherheitssysteme gegen uns. So, evtl. die Sicherheitskameras und ein Energie-Sell von diesem 4th Floor. Hurry up! Wo ist die Treppe, bitte? Ah, das ist... Das ist wie bei Half-Life. Äh, nur... Ich weiß nicht, wie es geht. Egal. Ah, da... Verdammt, die Steil-Doors sind blockiert. Gib mir ein bisschen Zeit, um sie zu hacken und zu öffnen. In derzeit, geh in die Armourie und bekommst diese Energie-Sellen. Wie, was soll ich... Was, 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 was... Oh, 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 Kaspersky. Kameras können mich anschießen? Okay. Ja, und wo kann ich abschalten? Oh, mein Gott, Alter. Wo, Alter? Ja, Kameras, die mich anschießen. Toll, guck mal. Ach, nee, das sind nicht diese Server. Ja, mein Herz ist drauf. Ich verstehe nicht wohin ich gehen muss. Der Kamera hat mich geduldet. Ich hoffe nur, dass er einen Checkpoint gemacht hat, sonst hasse ich das Spiel. Heute? Du solltest in den Biotech-Labs gehen und deine Bionickele-Arme checkt haben. Nur nicht. Bitte, nicht auf so gefährliche Mission. Lass mich wissen, wenn du in den Labs kommen kannst. Toll. Jetzt muss ich wirklich alles und... Ey, ist das Spiel irgendwie so... Warum gibt's keine Checkpoints? Hier, Kamera töte mich, ey. Oh mein Gott. Jetzt muss ich alles nochmal neu machen. Obwohl ich diese Energie-Scheiße oder was weiß ich da... Das ist so cool. Oh, das ist so cool. Genau? Okay. Ich verstehe. Dietrich, ich bin reportiert, dass einige Sicherheitssysteme fehlen. Find out, was passiert. Und dann, was passiert." Ich habe echt Spaß gemacht. Aber das war sicher. Was passiert hier? Ha, Jochen, ich verstehe. Hey, ich habeique ich Kontrolle mit einigen Kameren. Lass mich es mal sehen. Ich kann nichts drücken, damit es so beschränken kann. Wenn der jetzt nicht stirbt. Bei einem anderen Let's Play ist der direkt geschoben. Also bewusstlos. Das meine ich damit. Das meine ich fucking damit. Ja super, Alter. Ich liebe dieses Spiel. Leute, das war's. Das war's mit dem Let's Play. Ich kann nichts mehr machen. Oh mein Gott, Alter. Ja. Ja. Ich verschädet euch dieses Spiel nicht. Ja. Der kann mich nicht mehr töten. Ja. Ja. Ja, Alter 4. Und dann seht ihr das nämlich, wenn ich Alter 4 mache. Sieht mir schön seinen Schwanz. Das war's mit dem Spiel. Bye Leute. Das war's mit dem Spiel. Ja.